Wir befinden uns in 1500 Höhenmeter und dort hinten, ist es da? Ne, ein zweiter, da hinten da steht Lokis Hütte und hier stehen die Berge. Und hier ist es total ruhig und entspannt. Also, zumindest die Natur ist entspannt und wir sind es auch, wenn wir unser Pensum geschafft haben. Und ich würde euch jetzt wahnsinnig gerne erzählen, was wir hier drehen, aber das wäre schon ein bisschen schade, wenn man das jetzt schon wüsste. Es ist viel, 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 viel schöner, wenn ihr es nicht wisst und es dann im Kino seht oder vielleicht sogar ein kleines Stückchen davon schon im Trailer.